Du willst Deine körperliche, geistige und seelische Gesundheit wieder in Einklang bringen? Durch eine Webinar-Ausbildung in der Aura-Chirurgie und Informationsmedizin lernst Du, wie Du Dir und anderen einfach und unkompliziert helfen kannst. Was benötigst Du dazu? Nichts weiter als Deine Hände und Deinen Geist. Erkenne und löse Deine Probleme selbst, die in Deinen Zellen abgespeichert wurden. Gerne helfe ich Dir auf Deinem Weg, diese Programmierungen aufzuspüren und zu löschen. Lass Dich von der faszinierenden Welt der Aura-Chirurgie und Informationsmedizin begeistern.